Herzlich willkommen zu einem absolut unverzichtbaren Video für alle, die auf der Suche nach dem perfekten Kontaktgrill sind. Heute zeigen wir dir, wie du nicht nur Zeit und Geld sparst, sondern auch Frust und Enttäuschungen vermeidest. Denn wir kennen die fünf entscheidenden Fehler, die du unbedingt vermeiden musst, um das ideale Gerät für deine Bedürfnisse zu finden. Einer der schlimmsten Fehler, den du beim Grillen machen kannst, ist es, unvorbereitetes Grillgut zu verwenden. Es gibt nichts Frustrierenderes, als hungrig vor deinem Grill zu stehen und festzustellen, dass dein Fleisch noch gefroren ist. Um dieses Fiasko zu vermeiden, solltest du immer sicherstellen, dass dein Grillgut rechtzeitig aufgetaut ist. Das bedeutet, dass du es am besten über Nacht im Kühlschrank auftaust oder es im Notfall in kaltem Wasser auftaust, aber niemals direkt auf dem Grill. Außerdem solltest du dein Fleisch oder Gemüse vor dem Grillen marinieren, um den Geschmack zu verbessern und die Saftigkeit zu bewahren. Eine einfache Mischung aus Öl, Gewürzen und Kräutern kann einen erheblichen Unterschied machen und dein Grillgut auf ein neues Level heben. Also, denke daran, dein Grillgut vorzubereiten, bevor du es auf den Grill legst und du wirst nie wieder vor einem gefrorenen Stück Fleisch stehen. Es ist verlockend, deinen Kontaktgrill bis zum Rand mit Grillgut zu füllen, vor allem, wenn du eine große Gruppe von hungrigen Gästen bewirten musst. Aber vertrau mir, das ist einer der schlimmsten Fehler, den du machen kannst. Wenn du den Grill überladest, wird die Luftzirkulation behindert, was zu ungleichmäßig gegartem Essen führen kann. Das bedeutet, dass einige Stücke verkohlt sind, während andere noch roh sind. Ein echter Albtraum für jeden Grillmeister. Um dieses Desaster zu vermeiden, solltest du deinen Grill nicht überfüllen und genügend Platz zwischen den Stücken lassen, damit die Hitze gleichmäßig zirkulieren kann. Wenn du mehr grillen musst, als dein Grillplatz zulässt, dann arbeite in mehreren Chargen und halte das bereits Gegrillte warm. Auf diese Weise kannst du sicherstellen, dass jedes Stück perfekt gegart wird und deine Gäste beeindruckt sein werden. Die richtige Temperatur ist der Schlüssel zu saftigem und perfekt gegartem Grillgut. Aber leider ist es auch einer der Fehler, den viele Grillanfänger machen. Sie stellen die Temperatur entweder zu hoch ein und verbrennen ihr Essen oder zu niedrig und es wird zäh und trocken. Um dieses Szenario zu vermeiden, solltest du die optimale Temperatur für verschiedene Arten von Fleisch und Gemüse kennen. Ein guter Anhaltspunkt ist es, sich an die Empfehlungen in den Rezepten zu halten oder einen Fleischthermometer zu verwenden, um sicherzustellen, dass dein Grillgut die richtige Kerntemperatur erreicht hat. Außerdem ist es wichtig, die Temperatur während des Grillens im Auge zu behalten und gegebenenfalls anzupassen, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Wenn du diese einfachen Tipps befolgst, wirst du nie wieder Angst haben, deine Gäste mit verbranntem oder zähem Grillgut zu enttäuschen. Ein vernachlässigter Kontaktgrill kann zu unangenehmen Rauchentwicklungen und unerwünschten Geschmacksveränderungen führen. Deshalb ist es wichtig, deinen Grill nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen und zu warten. Beginne damit, den Grill abzukühlen und dann die Grillplatten mit einem Grillbürste oder einem feuchten Tuch zu reinigen, um Essensreste zu entfernen. Vergiss auch nicht, die Auffangsschale zu leeren und den Grill von außen zu reinigen, um Fett- und Rauchablagerungen zu entfernen. Eine regelmäßige Reinigung und Wartung deines Grills wird nicht nur die Lebensdauer verlängern, sondern auch sicherstellen, dass jedes Essen, das du darauf grillst, frisch und lecker schmeckt. Also, nimm dir die Zeit, deinen Grill richtig zu reinigen und du wirst mit perfektem Grillgut belohnt. Last but not least, vernachlässige niemals die Sicherheitsvorkehrungen beim Grillen. Ein Grillunfall kann schnell passieren und schwere Verletzungen verursachen, daher ist es wichtig, immer vorsichtig zu sein und die richtigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Halte immer einen Feuerlöscher in Reichweite, falls es zu einem Feuer kommen sollte, und lerne, wie man ihn benutzt. Vermeide es auch, Wasser auf die heißen Grillplatten zu spritzen, da dies zu gefährlichen Dampfexplosionen führen kann. Und natürlich, halte kleine Kinder und Haustiere fern vom Grill, um Unfälle zu vermeiden. Wenn du diese einfachen Sicherheitsvorkehrungen beachtest, kannst du unbesorgt grillen und deine Zeit mit deinen Liebsten genießen, ohne dich um Unfälle sorgen zu müssen. Also, denke immer an deine Sicherheit beim Grillen und du wirst viele sichere und glückliche Grillmomente erleben. Nun, da du über die fünf häufigsten Fehler beim Kauf eines Kontaktgrills informiert bist, hast du die Möglichkeit, diese zu vermeiden und eine fundierte Entscheidung zu treffen. In der Videobeschreibung haben wir dir eine Auswahl an hochwertigen Grills verlinkt. Falls du Inspiration für den Kauf eines solchen Gerätes brauchst, kannst du gerne mal reinschauen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere hilfreiche Tipps und Produktbewertungen zu erhalten. Wir sind hier, um dir bei der Auswahl der besten Produkte zu helfen und sicherzustellen, dass du stets die richtigen Entscheidungen triffst. Aufwärts